Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, finden Sie nicht auch, dass Sie viel zu viel arbeiten und viel zu wenig Geld dafür bekommen? Dann wählen Sie uns. Die Partei, die Partei. Wir werden direkt nach der Machtübernahme Ende September den vollautomatisierten Luxuskommunismus einführen. Dank uns werden Sie endlich wieder Zeit für die schönen Sachen in Ihrem Leben haben. Denn ein Roboter wird Ihren Job übernehmen. Und nicht nur das. Die Roboter werden auch sämtliche Aufgaben in Ihrem Haushalt übernehmen. Sie werden Ihnen leckeres Essen kochen, Ihre dreckige Wäsche waschen und sogar bügeln, während Sie gemütlich auf dem Sofa rumlümmeln. Und sicherlich haben Sie auch nicht immer Lust, mit dem Hund Gassi zu gehen. Kein Problem. Auch das werden die Roboter für Sie übernehmen. Sie werden sogar Ihr gesellschaftliches Engagement übernehmen. Und nicht mal die endgültige Teilung Deutschlands müssen wir selbst machen. Denn die Roboter werden zum Wohle alle auch noch den antifaschistischen Schutzwall aufbauen. Diesmal natürlich andersrum. Und ein weiterer Punkt, der mich ganz besonders freut, ist, dass wir endlich den Verfassungsschutz entlasten und auflösen können. Denn Roboter werden in Nullkommanix sogar das Aktenschreddern erledigen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihr Auto oder Ihr geliebtes Moped ist kaputt. Sie brauchen sich dann nicht mehr auf lästige Kostendiskussionen mit unfreundlichen Kfz-Mechanikerinnen einlassen. Denn, richtig, auch das machen unsere Roboter im Handumdrehen. Und kennen Sie das? Sie verspüren mitten in der Nacht einen unbändigen Heißhunger auf Pizza? In weniger als fünf Minuten wird Ihnen ein Roboter Ihre Lieblingspizza mit extra viel Käse in die Hand drücken. Ja, und jetzt fragen Sie sich, Roboter, schön und gut, aber bei so viel Freizeit wird natürlich auch mehr gefeiert. Und mir wird es doch bestimmt am nächsten Morgen immer noch richtig dreckig gehen. Falsch! Denn im vollautomatisierten Luxuskommunismus ist geregelt, dass die Roboter Ihnen sogar den Kater abnehmen und Sie jeden Morgen mit Freude in den Tag starten können. Und auch für unsere linksradikalen Wählerinnen haben wir ein ganz besonderes Bonbon. Kein lästiges Molli-Mischen, keine langen, zermürbenden Pläner mehr. Sogar die Enteignung wird von unseren neuen silbernen Freunden durchgeführt. Wählen Sie vollautomatisierten Luxuskommunismus. Wählen Sie Florida Claus. Wählen Sie die Partei, die Partei. Denn sie ist sehr gut. Denn sie ist sehr gut.